Oh Gott, da geht's hier gleich richtig lang los. Äh, hallo, wir machen weiter. Bong, Fortnite. Ähm, ja. So, mal gucken mal kurz. Es müsste ein neuer Auftrag dazugekommen sein. Ah ja. Wirf ein Waffeleis. Okay. Ja, gut, das so. Verfolgen wir mal, dass mir das angezeigt wird. Dafür müssen wir natürlich erstmal Waffeleis finden. Aber davon gibt's ja eigentlich recht viel. Das sollte hinzukriegen sein. Gut. Und ansonsten einfach... Ah, ist jetzt mal laut. Ansonsten einfach, denke ich, versuchen, gut zu spielen. Das wär doch mal ne Idee. Hätte ich zumindest. Ja, das wär ne super Idee. Ähm. Wir müssen auch noch so ein Bäumchen pflücken. Deswegen geh jetzt mal hier runter, in der Ecke. Weil hier könnten so ein paar Bäumchen sein. Na. Aber wir steigen mal hier aus. Na, wo hier könnten so Bäumchen sein. Bisschen so am Rand auch. Da ist man meistens recht ungestört erstmal. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Aber wir werden sehen. Aber ich seh zumindest niemanden hier. Ah, da drüben ist noch jemand. Und das ist auch ganz woanders. Ja. Sieht doch ganz gut aus. So, dann können wir gleich mal Schilde mitnehmen. Hui. Und daneben springen. Sehr gut. Oh, ist das auch gerade zufällig, äh, ne tägliche Mission? Na. Dass man, äh, Dings, äh, die, die, die Sprungfilze nutzen sollen. Oh, oh, und Truhen öffnen ist auch gerade zufällig eine tägliche Mission. Ja, supi. Das können wir doch gleich alles in dreifacher Ausstattung kombinieren hier. So, äh, die Säge brauche ich zwar nicht, aber wurscht. Grundsätzlich erstmal wurscht. Hier ist ja auch noch Zeug. Okay, ich sehe aber sonst nichts weiter außerdem scheinbar. Äh, haben wir eigentlich Ton? Moment, ich höre man. Ja, man hört mich, okay. Okay, da ist eine bessere Waffe. Aber haben wir die schon zufällig? Nein, hatten wir noch nicht, aber ich wollte das dann eher so machen. Gut. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Haben wir noch einen Sprungpilz irgendwo in der Nähe? Ah, die sind, die leuchten schon wieder. Die sind schon wieder aufgeladen. Ja, komm, dann holen wir da die restlichen Schilde. Wo müssen wir dann hin? Okay. Passt sogar. Oh, bessere Waffe. Oh, das ist ein Scharpschild. Dann, die Säge kann weg. Die Säge kann tatsächlich weg. So. Oh, auch das ist sehr gut. Aber ich will ja eigentlich die Sprungpilz, die Schilde durch die Sprungpilz denken. Dann muss ich, darf ich eigentlich nicht so viel anderes Zeug konsumieren. Äh, wo ist jetzt der andere? Da oben, ja? Genau. Aber das ist ja sogar so ein Eis-Van. Gibt's bei dem vielleicht sogar so Eis-Dinge? Das würde ja passen. Ah, scheiße. Komme ich das noch hoch? Nee. Okay, komm. Dann gehen wir jetzt erstmal zu dem Eis-Van und gucken, ob wir da vielleicht sogar so ein Eis bekommen können. Äh? Kann ich den kaputt machen? Ja, aber dadurch kriege ich kein Eis. Schade. Bist du da ein Boot? Okay. Das brauche ich alles nicht. Nützt mir alles nichts. Da ist noch so ein Pilz. Da ist die Säge, die wir abgegeben haben. Wie viele Schilde muss ich noch bekommen? Oder habe ich die? Ist die Mission schon jetzt weg? Ist die Mission schon weg? Ach, die ist schon weg. Ja, moin. Okay, also Truhen noch öffnen und Eismaschinen durchsuchen. Okay. Aber trotzdem können wir Schild noch aufladen weiter. Ist ja immer gutes voll zu haben. Jetzt ist es voll. Okay, jetzt abhauen vor der Zone. Und dabei möglichst nicht drauf gehen. Ich finde, das ist ein guter Plan. Vielleicht noch eine Truhe mitnehmen. So. Nö. Zack. Und da haben wir noch eine bessere Pumpgun. Die kann ich ersetzen. Zack. Sehr gut. Passt. Oh, da ist noch eine Truhe. Sehr schön. So. Sturmgewehr. Das können wir mal ersetzen durch das hier. Muss man auch mal ein bisschen was anderes noch dabei haben. Oder vielleicht auf den Pilz landen, dass wir nicht Schaden nehmen. Sehr gut. So. Hier könnten noch Truhen drin sein. wenn nicht schon alles geplündert wurde. Aber ich höre nichts mehr. Nee. Ich glaube, wir gehen lieber. Ich schlob, wir gehen lieber. Bis hin müssen wir ja doch laufen. Ja, da kommt auch schon die Zone nämlich. Also nicht die Zone kommt, der Sturm kommt. The storm is coming. So ein Brotshäuschen. Könnte hier auch ein Brot zufällig sein? Oh, auf jeden Fall ist hier erstmal eine Truhe. Fünf von sieben. Ja, aber jetzt wird es hier langsam... Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt natürlich frech. Das ist jetzt natürlich... Ja, das ist schwierig. Oh nein, das ist noch eine blaue. Was ist das denn? Oh nein. So. Ich muss mich jetzt aber ein bisschen beeilen hier. Ich will mich die Southpacks auch ein bisschen. Oh, das ist ein Tier. Komm her. Nein, komm her. Wir... Wir helfen uns gegenseitig, wie immer. Komm her. No. Ich will dir doch nur helfen. Okay, Abflug. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt ab durch die Mitte hier. So höre ich da. Schüsse. Kämpfen hier welche im Sturm? Das wäre aber nicht sehr klug. Tatsächlich. Ich bin so schlecht im Ziel, ne? Aber das Problem ist, das wird nicht zeitlich reichen. Doch, das reicht. Nice. Haben wir nämlich gleich noch einen Kill mitgenommen und Kills mitnehmen ist ja auch wichtig. Brauchen wir ja gerade besonders für die Mission. Und wir sind draußen. Puh. So. Wohin muss ich dann als nächstes? Er ist ein Stück. Okay, da oben kommt gleich einer raus. Da würde ich aber sagen, wir krallen uns ein Auto und uns hinzu, dass wir weiterkommen. Keine Zeit für irgendwelche Querulenzien hier. So. Vielleicht doch. Vielleicht doch Zeit für Querulenzien. Nee, sie geht schon, die geht schon wieder kleiner, ne? Oder? Na komm. Auto und weg. Auto und weg. Okay. Zeit hier für Spielereien. Das ist jetzt nicht so gut. Ähm. Komme ich jetzt weg? Okay. Ich habe es echt geschafft, mich so einzuhalten, dass ich nicht weg konnte. Also, das ist mir auch noch nicht passiert. Ich dachte, ich komme da durch. Okay, jetzt aber. Okay. Noch eine Truhe öffnen. Ja, schön. Äh, dann würde ich jetzt fast sagen, wir ersetzen einmal das. So. Mal hier noch irgendwas cooles. Ey, nicht so richtig, ne? Überschritte. Alter, bin ich erschrocken. Alter, bin ich erschrocken. Yes. Okay. Das war, äh, schwierig. Wir sehen uns gleich wieder. Gott, bin ich erschrocken. So, Bus kommt gleich. Äh, was ist, was ist neu täglich? Eines müssen wir noch machen, irgendein tägliches. Gebäude öffnen, eine seltene drücke. Sollte irgendwas davon, sollte automatisch passieren. So. Aber wir haben noch kein Waffeleis gefunden, was ein bisschen ärgerlich ist. Ich würde fast mal jetzt bei einer Tankstelle runter wollen. Da drüben ist doch immer Tankstellen gewesen. Ah, ich glaube, da könnte man so ein Eis vielleicht finden. Aber ich weiß es nicht. Ich denke, die bekomme ich halt auch zufällig. Ob die an speziellen Orten sind, keine Ahnung. Aber guck mal, da drüben. War das schon immer so, dass da drüben jetzt auch der Baum schon geblüht ist? Ich glaube, am Ende blüht einfach in der ganzen Map gefühlt alles. Habe ich brennt gesagt? Blüht. Oh, hier ist ein bisschen viel los. Weiß ich nicht. Alter, mach den scheiß Reifen aus mit dem Inventar raus. So. Mission ist gut. Hier ist nicht so gut. Ah shit, hier ist nur das. Ah, das ist jetzt blöd. Das war doch gar nicht mal so bad. Zwei Kills sind zwei Kills. So. Gut. Nein, die brauchen wir nicht. Oh, nice. Nice, nice. Kassen geöffnet. Okay. Das brauchen wir auch nicht. Damit fahren wir lieber nicht mehr. Was neu. Bei Tanksäulen kannst du Benzinkanister aufhören und Fahrzeuge auftanken. Ja, will ich nicht. Danke. Aber ist in Ordnung. So, wo müssen wir eigentlich hin? Okay, perfekt. Wir können einfach hier bleiben. Das ist sehr gut. Hier wäre... Oh, sch... Das kann, was ich hier tue. Aber ist okay. Okay. Ich bin tot. Aber ist egal. Wir haben ein paar Kills gemacht. Ist in Ordnung. Hauptsache ein paar Kills mitgenommen. Passt. War zwar dann keine insgesamt gute Runde, aber... Ist mir fast lieber als eine lange Runde, in der ich niemanden umbringe. Ja. Weil wir müssen ja Kills sammeln. Also passt es. Muss halt nur jetzt immer wieder stoppen und starten. Wir sehen uns gleich wieder. So. Und der Bus kommt gleich. Oh, man kann hier hoch. Auch interessant. Let's go. So. Also hier waren ja doch nicht so viele Bäumchen, wie ich gehofft hatte. Muss ich es nicht verstehen. Ich bin ein bisschen gewundert, aber ist okay. Wo probieren wir es diesmal? Ich war auch immer so ein bisschen Abwechslung. Wir waren schon lange nicht mehr da drin. Wir gehen mal wieder da rein. Ich weiß nicht, wie es heißt, in dieses da Dings. Hat er uns so einen Namen? Ich habe ihn aber vergessen. Wir sehen ihn gleich auf der Karte. Oder ich denke bis dahin dran, wie es heißt. Entweder das fällt mir wieder ein, aber ich glaube nicht. Oder waren wir schon länger nicht mehr. Ach ja. Genau. Daily. Daily. Bugle. Bugle. Irgendwie sowas. Wäre auch ein Ort zum Eis-Dings werfen. Also falls wir eins finden sollten, kann man es auch gleich. Nice. Damit haben wir direkt erfüllt die andere tägliche Missionen und können einmal kurz die EP mitnehmen. Sehr schön. So. Das braucht man nicht. Ja, dann kann ich jetzt auch später da runter, ne? Wir haben schon mal eine gute Waffe. Das ist auch ganz nett. Ich glaube auch nicht, dass hier jetzt so viele gelandet sind, weil es doch recht weit war. Aber wir werden sehen. Aber man hört immerhin Leute. Es ist nicht so, dass wir hier komplett alleine sind. Ah, das ist unter mir. Okay. Da kommen wir gleich noch hin, automatisch. Glaub ich zumindest. Jo. Solange wir nichts anderes haben, können wir es mitnehmen. Was ist das denn? Durchsuchen? Jo. Okay. Kannte ich auch noch nicht ein Tresor? Ist der neu? Oder? Ah, hier ist der. Ich wollte schon sagen, jetzt komme ich immer näher und sehe es einfach trotzdem noch nicht. Aber war da unten eine blaue? Oh, da ist noch eine blaue. Okay, auch nicht schlecht. Sind wir eigentlich, weil ich da oben kein Dings sehe, sind wir im Gebiet? Perfekt. Dann können wir erst mal schön chillen. Das ist immer sehr angenehm. Wenn wir jetzt noch so ein Eisding finden würden, wäre das noch besser. Eigentlich kann ich auch richtig laufen. Nicht schneller. Da, komm. Jetzt ersetzen wir die mal. Ach, nee. Das ist die gleiche. Dann ist das Quatsch. Dann ersetzen wir die mal nicht. Ja, dich nehme ich mit. Okay, jetzt werden wir langsam Schüsse. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, perfekt. Da ist der zweite Trank. Sehr schön. Was haben wir hier? Stachler-Maschinenpistolen. Na, Maschinenpistolen haben wir schon genug. Können wir das mal so machen jetzt. Schön, Munition noch. Jawohl. So. Jawohl. Geld ist immer gut. Okay, die pumpen jetzt aber statt der Feuerpistole mit. So. Oh, Munition. Oh, kann ich hier so Eis kaufen, oder was? Ist das hier so ein Eis? Nee, das ist... Kann ich das kaputt machen? Ja, aber... Okay, vielleicht bin ich nichts. Schade, ich dachte, vielleicht kann ich da so Eisdinger kaufen. Wäre das für die Mission gut gewesen? Alles egal. Ist die blaue Kiste... Die blaue Kiste ist immer noch unberührt. Dann kann ich ja mal vorsichtig jetzt hier raus. Mir scheint auch nicht, dass die Schüsse hier in der Gegend sind. Das ist eher da drüben. Nice. Erstschuss Schrotflinte. Das setzen wir mal mit dem Ding. So. Okay, wir sind relativ voll. Je nachdem, wohin sich dann die Zone halt entwickelt. Kann man hier bleiben oder nicht. Aber erstmal würde ich hier bleiben. Wäre jetzt nur cool, so ein Eis zu finden. Wir laufen mal ein bisschen rum und vielleicht haben wir Glück und finden irgendwie ein Eis. Ich weiß nicht, war dieses Eis in Lebensmittelkisten drin oder wo war das denn immer? Mal ein paar Mal haben wir jetzt schon Eis gefunden, aber ja, ne? Allzu viel Glück hat man damit jetzt halt auch noch nicht. Also so häufig ist dann das Eis doch auch nicht. Wobei halt, es sind eh immer die Sachen nicht da, die man will. So, das ist eigentlich typisch, ne? Okay, wir gehen mal da rüber. Ist da drüben ein Bäumchen? Ich sehe das gerade, da ist mein Bäumchen in der Nähe. Ich wusste, was ist jetzt passiert? Ey, habe ich irgendwie mal markiert? Ach da, mein Setzling ist da. Können wir eigentlich mal hinlaufen? Vielleicht habe ich Glück und der hat gerade Dings und der hat gerade hier, weißt du schon. Oh, guck mal, hier kann man auch abstimmen, aber das ist natürlich jetzt Blödsinn. Das wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Ist klar. aber vielleicht kommt es noch in späteren Missionen dann, dass man hier dann auch abstimmen kann. Normaler Vogel braucht man nicht. Okay, komm, wir gehen mal zum Bäumchen. Vielleicht haben wir Glück oder ist gerade ein epischer Setzling dran oder sowas. Dann könnte ich nämlich die Mission auch endlich mal abhaken. Die fehlt noch seit eh und je. Wann habe ich den denn hier in der Richtung gepflanzt? Ist das der da vorne? Ist das der da? Hier sind mehrere. Auch interessant. Aber ich muss erst mal das Unkraut entfernen, natürlich. Aber dann wird jetzt nicht auf die Schnelle gleich was wachsen. Ja, das sind normale, das sind seltene. Nichts Spezielles. Da drüben war auch noch ein Bäumchen. Hast du zufällig was für mich? Nee. Da unten war auch noch ein Bäumchen. Äh, habe ich gedacht. Ja, da ist noch eins, genau. Hast du zufällig was Hübsches für mich? Ja! Also das ist nur selten. Ich glaube, selten ist nicht, was wir suchen, ne? Aber ich kann es nicht aufmachen, weil warum nicht? Gibt ja auch schön Kohle. Gibt ja auch schön Kohle und bessere Waffen. Auf jeden Fall kann man die jetzt schon mal austauschen. So. Okay, wo müssen wir dann als nächstes hin? Oh, ganz woanders hin. Okay. Dann nehmen wir doch schon mal das Auto schon mal das Auto und machen den Abflug. Beziehungsweise ist hier nicht die Tankstelle. Vielleicht habe ich Glück und kriege ich ein Eis. Es wäre doch auch was. Ugi-Bomb ist es keine Tankstelle. Oh, die Kasse wurde sogar schon geplündert. Dann sind vielleicht Eis und so Sachen schon weg. Oh, Southpack. Okay, das nehmen wir eher mit. Komm zu mir. Huch. Oh ja, perfekt. Okay, nee, wir haben die in lila schon, die Erstschuss-Rotflinte. Das passt. Gut, dann fahren wir eine Runde Auto. Wo wurde geschossen gerade? Oh, oder was? Ach, hier. Ei. 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 Nice. Da hat eine Eisdiele fallen... Äh, ne, Eisdiele. Ein Eis fallen lassen. Scheiße, jetzt kommt ja das Eis nicht ran. Ah, egal. 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 Das läuft doch. Okay. Ist hier auch die Runde zu Ende. Nice. Und ein epischer Vogel auch noch. Scheiße. Oh Gott. Schlechte Kombination. Nice. Ich muss gar nichts Gas geben hier. Äh. Er ist nicht so gesund. Aber ist okay. Okay. Dafür habe ich ja die Sau-Packs. So. Gehe ganz woanders. Ist aber in Ordnung. Komm mal hier rein. Hi. Ja leider haben wir jetzt auch den goldenen Vogel nicht mehr erwischt. Aber naja. Lieber das als dass wir tot werden. Lieber so als anders. Oh wir nähern uns unserem Ziel. Ich den zufällig schon irgendwo. Das ist er nicht. Oh aber wir müssen auch wieder in die... Okay. Wir sind aber recht nah dran. Da vorn. Scheiße. Ich bin so schlecht. Ja shit. Boah. Die ist auch stark. Diese Erstschuss-Schrotflinte. Oh. Wait. Von wo? War nur ein Eis. Das ist blöd. Wovon wird jetzt der Typ gerade geschossen? Weiß es nicht. Es ist in der Nähe überhaupt so eine Stelle zum Eiswerfen. Ja da ist eine Stelle zum Eiswerfen. Okay. Da wollen wir eh hin. Dann gehen wir doch mal vorsichtig in die Richtung weiter. Und werfen ein Eis. Oh vorsichtig. Oh der der der... Weg da. Der soll mich mal hier in Ruhe lassen der Kollege. Hier muss ich Eis werfen ja. Weiß geworfen. Okay das ist jetzt nicht so gut. Wo sind die denn alle? Hilfe. Ja wo denn? Kann mich nicht so gut orientieren. Ja egal. Interessiert mich nicht mehr. Nicht so schlimm. Da oben war einer. Wollen wir? So schlecht. Hier scheiß drauf. Alter. Boah das war super knapp. Aber ich muss mich dringend heilen. Scheiße. Nicht gut. Das schaffe ich nicht. Ja ich meine so wenig Energie wie ich noch hatte. Aber ist okay. Ist okay. Wir haben einfach mal... Wir haben schön... Wir haben schön Dings gemacht. Wir haben schön... Äh hier. Genau. Hier wir sind schon jetzt bei 14 von 15. Das geht Stück für Stück nach oben. Eieieiei. Okay. Aber passt. Ich fand das waren erfolgreiche Runden. So für das was man vorhatte. Nicht gewonnen. Aber passt schon. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.